Ich bin schon fest angestellt in der Digitalagentur und da bleibe ich jetzt erst mal. Die Mittagspausen, weil das ist immer so ein schönes Erlebnis mit meinen Freunden da zu sitzen und einfach die Zeit zusammen zu genießen. Ich hoffe, dass alle ihre Wünsche und Träume erfüllen werden und eine schöne Zeit haben werden. Vielen Dank.